Also offenbar ist bei uns gerade Rappenwoche und da wollte ich euch mal zeigen, was wir im Moment für verschiedene Rappen da haben. Das ist nämlich echt ein Zufall, dass wir so viele Rappen gerade da haben, die alle von einer anderen Rasse sind. So, das ist der erste. Das ist ein Achal-Tekiner. Man sieht schon, er hat so ein bisschen eine Kopfform wie ein Vollblüter. Und ja, wenn man den ganzen Kerl sieht, dann sieht er auch aus wie ein Vollblüter. Und hier ist der, der Friese. Der hat eine mega lange Mähne. Die geht fast bis zum Boden, wenn die auf ist. So, hier der kleine Mann. Das ist ein Araber. Da kann man auch deutlich sehen, dass er einen ganz anderen Kopf hat wie der Achal-Tekiner eben. Zeig dich nochmal von der Seite, junger Mann. Wir gehen mal einmal drum rum. Er hat so ein bisschen eine konkave Nase und das nennt man einen Disch.